PeeBee zur Luftschleuse. Pronto. Pronto, hm? Das klingt ja ernst. Obwohl. Könnten Sie bitte zu mir kommen? Jetzt sofort? Kello? Hey, schon Landeplatz gefunden? Noch nicht. Das könnte noch dauern. Okay, PeeBee. Bin gleich da. Das wird lustig. PeeBee? Hier. Ich weiß auch nicht. Worum geht's? Kello wird keinen sicheren Landeplatz finden. Und Sicherheit geht vor. Sie halten mich echt auf Trab, PeeBee. Das geht nicht gut aus. Ich mache das hier nicht zum Spaß. Die Tempest kann nicht dorthin, wohin wir müssen. Und vom Boden aus kommt man nicht rein. Das hier ist der einzige Weg. Rein? Wo genau wollen wir hin? PeeBee, wo wollen wir hin? Es ist nicht meine Schuld, dass das Signal aus einem Vulkan kommt. Außerdem sollten wir auf festem Boden landen. Falls meine Tiefenscans stimmen. Und der Aufprall unsere Flugbahn nicht zu sehr verändert. Und? Und haben Sie auch einen Plan, wie wir wieder auf die Tempest kommen? Was? Wir sind in eine andere Galaxie gereist, ohne einen Plan, wie wir wieder nach Hause kommen? Okay. Gut festhalten. Also, ähm, sind Sie Sauerrider? Nein, bin ich nicht, PeeBee. Nein, bin ich nicht, PeeBee. Also,ầuhänger! Tschüss!